Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured and you're here Cut you Und nochmal Schön Willst du mich verarschen Arne? Dein Bild hat gewackelt Ja dein Bild hat gewackelt Alter Da musst du Weil jetzt hinter mir den zerstörter hat er das voll gewackelt Ja und du hast trotzdem Eigentor gemacht Ich hoffe das du hast Das wird work for you Aua Du hast den komplett weggeräumt in einen Da hab ich genau drauf gehad Boah Ja Boah Alec Ich wollte den Ich wollte den gegen die Bande einklemmen Dann war der Ball schneller als ich Dann zwiebelt der den über mich drüber Du wärst doch gar nicht mehr dran gekommen Natürlich wär ich da dran gekommen Aber nicht Du scheiße Boah der rammt Oh Oh Mann Der Junge der hat mich komplett angeschossen Ey guck dir das an wie der mich weghaut Da Bam Der hat mich angeschossen Guck dir das an Schöne sein Ja weil Arne den vorher geburten hat Deswegen hast du dafür schon kein Safe gekriegt Ja der wär komplett ins Tor eingedüst Oh Was ist das denn Schöne Arne Man ne Wie kann man nur so wurstig sein Da steht er auf der Linie und schiebt eine Alter Ja Ja bam Hä Ich wollte gegen den Pfosten schießen Ja Schuss Na war nicht so toll Wo fährt Nils da rum LoL Ja Immer diese Hate Kommentare Oh oh Nein Sehr schönes Eigentor Wer ist auf mich drauf gefallen Ich kann nicht machen Ah schönes Eigentor Ey Uuuuuh Was ist das denn jetzt Arne Was ist das Was soll das Schöne Schönes Tor Arne Hey Natürlich spuckt der mir LoL Was ist das denn Ups Ouh Was ist das denn? Und dann guckt er den Stupser. Alter, kam richtig geil, Alter. Was ist das denn? Und dann, was ist das denn? Boop. Scheiße. Alter. Ey. Ah. Schön sein, Leute. Ja, der wäre auch so reigig gewesen, oder? Ja, ich glaube. Nee, wäre er nicht. Ja, genau. Dreck! Oh, diese Banden. Errab mich. Schönes Eigentor. Warum müssen wir immer gegen diese Fickfehler spielen? Weil es ja Fotzenkinder hören sollen. Wieso funktioniert mein Voice-Cat nicht? Arne! Nein! Du bist komplett... Warum musst du früher rauskommen? Ja, wieso fern... Wieso gehst du überhaupt zum Ball, Alter? Ja, ich dachte, da fährt keiner mehr im Tor. Ich warte und warte, bis er rauskommt. Ja, ich kann erst fahren, wenn er schießt. Vielleicht schießt er die Banden ja auch hoch. Macht der Typ Eigentor und rammt nicht weg, Alter. Ja, macht's nicht besser. Das macht's halt echt nicht besser. Nur weil Kevin kurz sagt, er schießt ein Eigentor. Macht's nicht besser, wenn er eins macht. Danke, Arne. Mann! Alter, ey... Was ist das denn, ey? Und ich rede gerade noch vom Eigentor. Ey, das ist unglaublich, der Typ, ey. Ist das schlecht? Ey, 13 Sekunden gespielt, wir legen 0-2 hin. Let's-a-go! Outro